So, ich hoffe, ihr hört auch gleich was. Oh, ihr habt mal gehört was. Ich glaube, es ist ein bisschen laut. Ich glaube, das ist ein bisschen laut. Ich mache mal was leiser. Blue Isle Stew. Jetzt ist die Frage, hat er jetzt gecheckt, dass ich Valley spiele? Ach nee, weil ich offline bin, wahrscheinlich nicht. Ich kann es mal im Dashboard da Valley eintragen. Und dann oben auf Abdenken. Okay. Okay, so. Ja, ich bin im Offline-Modus. So, Slot 1 können wir erstmal löschen. Weil wir ja von vorne anfangen. So, ganz kurz gucken, das funktioniert. Da ist alles weg. Das ist sehr schön. Wunderbar, klappt alles. So, es ist glaube ich ein ziemlich entspanntes Spiel. Wir schauen uns das einfach mal an. Und gucken, was uns erwarten wird. Okay. Die Musik ist schon mal sehr schön. Wenn es zu laut ist, bitte im Chat schreien. Choose a gender. Ich bin male. The Life Seed is said to contain an incredible earth-shattering power. While mostly written off as myth, some archaeologists are still determined to track down the elusive item, luring some to incredibly remote locations. Schauen wir mal, was das ist. Erstmal schauen wir mal, dass es irgendwann lädt. Ich habe noch Zeit bis um 13 Uhr, da muss ich mich um die nächste Miete kümmern. Wie muss man sich um die Miete kümmern? Eine Überweisung tätigen oder was? Achso, Arbeit. Ja gut, arbeiten ergibt natürlich Sinn. Hey, looks like I missed you. I just wanted to wish you luck before you headed out. I still can't believe you're doing this. I mean, hunting down the, what was it? The Life Seed? I gotta admit, that sounds crazy. I mean, even if this mythological thing, that can shatter worlds or whatever actually exists, what are the chances of you tracking down this ancient relic in the middle of the Rocky Mountains? Listen, I know you want to prove the thing exists. I get that. It's an adventure. Hell, it's your career, but can't you do something normal like the rest of us and just backpack Europe or something, spend a month in Thailand? But hey, if by some miracle you find this thing and become the most famous archaeologist of all time, beers are on me. I'll even trade in your tinfoil hat for a whip and fedora. I just really hope all those canoeing lessons pay off. Arbeiten, ja nicht, damit habe ich dann auch nicht gestorben. Nachdem mir meine bessere Hälfte das erklärt hat. Das ist immer noch sehr laut, glaube ich. Und Arbeiten kenne ich mich nie aus, ne. Okay, wir tracken down den Life Seed. Sieht schon schön aus. Remote Region Canadian Rockies. So, da bin ich auch hier. Useless Discount Canoeing Lessons. Okay, wir sind hier gecrashed, scheinbar mit unserem Canoe, wenn ich es richtig sehe. Machen Hüppen? Ne, ich kann nur laufen, ne. Ich spiele es mit Gamepad. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen langsam mich umschaue, kann ich sprinten. Oh ja, sprinten geht schon. Ruins, Cave Drawings. Where the hell am I? Ich kann interagieren? Nein. Okay, wir sind irgendwo in einer Höhle gestrandet mit unserem Cano, Cano, Cano. Ja, das mache ich doch die ganze Zeit. Ich, ich runne ja schon. Kann ich schwimmen? Was? Okay. Beim Runen dann übersieht man natürlich die schönen Landschaft. Hallo Brandfloh, einen wunderschönen Samstagmittag. Mahlzeit. Ich hoffe dir geht's gut. Valley. Wir spielen Valley. Hier steht's gerade, gut passend. So. Der Snestheimer läuft. Sehr gut. Ich bin einsam. Ich kann ihn ruhig. Woah. Kann ich schütten? Kann ich schütten? Ich kann es schütten. Ich kann es sehen. Ich kann es sehen. Ich kann es sehen. Ich kann es sehen. Danke schön für 16 Monate, Brandfloh. Ich werde immer mehr. Hat dir das gar nicht vorgelesen, dumme Kuh? Danke schön, Brandfloh, für deinen 15. Re-Sub-Monat. 16, Entschuldigung, warum sagst du 15? Danke schön, liebe Brandfloh. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Wenn ich das vorlesen aus hab, das wäre natürlich sehr schade. Danke schön. Danke schön. Okay, alte Masken. Was ist das denn? Geister? Guck mal, kleine Geister. Ja, die sehen ja voll süß aus. Quick, quick. Das sind kleine Schweinegeister. Meerschweinchen-Geister. Ich kann die nicht angreifen, ich habe keine Waffe. Was ist das? Wo sind wir hier? How hard did I hit my head? Ach, wenn du diese kleinen Meerschweinchen-Geister siehst, wahrscheinlich sehr hart. Was ist das? Aber wir sind sehr süß. An old army truck. Oh! Looten! Mh! Mh! Must have crashed your ages again. Der Leaf-Suit. Na endlich. Looks like irgendwas. Pendulum. Willkommen zum Pathfinder-Programm. Als Pathfinder, werdet ihr mit operieren und testen, den neu entwickelten Leif-Suit. Als unsere hart-working-Scientist und Pendulum entwickelt neue Wäsche, um unsere Truppen zu empfehlen, in Europa und Europa und Europa. Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen Mittag. Mit dem Power des Leif-Suits, werdet ihr in unimaginable Fälle machen. Leaping hoch in den Luft. Sprinten so schnell wie ein Cheetah. Cheetah! Even manipulating life and death itself are all part of the many stunts accomplished by the Leaf-Suit. In addition to these marvelous wonders, an audio-reel recorder built directly into the suit, allowing that fighter to conveniently listen to all its intelligence and hands-free. Not seeing that every day! And don't forget to keep an ear out for new upgrades available for your suit as all scientists continue looking looking for new ways to approve the Finsome light to believe suit. Good luck and safe journey as you test the limits of this amazing new technology. Danke schön, Athanasius, für deinen siebzehnten Monat! Danke schön, lieber Athanasius! Ich muss das mal sehen. Okay, ich bin wieder eingeblendet. Darum ging es mir nur. So, let's see what this old audio-reel is. What's on this? Virginia King, Audio-Journal, June 4th, 1941. Shortly after the outbreak of war in Europe, I was enlisted by the army to study the history of this valley. The mysterious forest sprites seem to be the last living remnants of the long-lost culture that once lived here. A large number of them seem to inhabit the northeast sector of the valley. Just past the ruins, where the life-seed, rumored to possess an earth-shattering power, was found. That's as good a place as any, to study them. Yippie! Kann ich noch was anderes? Ich kann hüppen. Ich hoffe, es gibt keinen Fallschaden. Au. Oh, ich bin noch viel schneller. Noch viel schneller als vorher. Rundown slopes to gain momentum to jump higher and further. Okay. Äh, ist das ein Slope? Wuhuuu! Wie? Oh mein Gott. Ich bin so schnell. Ich laufe in die falsche Richtung. Wuhuuu! Ich laufe völlig in die falsche Richtung. Aber ich bin grad zu schnell. Ich kann nicht anhalten. Ich kann nicht anhalten. Hallo Mr. Throoks! Exklar! Wasser ist böse, das muss meine bessere Hälfte auch immer ertragen. Ich lasse mich einfach nie waschen. Jetzt bin ich doch wieder am richtigen Weg! Energie, die in der Leavesuit, wie Amrita, kann sich an Worms leben-Thingen geben. Use RT, um die Leidenschaft zu schützen, um die Trenn oder Inhalte zu schützen. Piu! Oh! Die bestimmt besaunen. Oh! Energie-Low. Oh! Vielleicht sollte ich nicht alles belegen hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich Energie kriege. Ich muss trotzdem tun. Oh! Ich lebe! Ich bin laut auf Energie. Nein. Lauf! Du bist frei! Die Frage, wo kriege ich Energie jetzt? Ich kann jetzt nichts mehr wieder beleben. Die Musik ist ja schön. Jippie! Was ist das hier? Äh, da ist Wasser. Da sollte ich vielleicht nicht hin. Leavesuits must be worn. Ach! Das ist das Wasser darf ich ja nicht. Was bin ich? Was bin ich? Ein Schweinkind. Ich verstehe das spüren. Ich bin so ein Typ, der sucht den Live-Seed. Und wir haben den Leaf-Seed für den Live-Seed. Oh, das kommt nicht zu hoch. Nein. Ach, hier geht's weiter. Nein. Ich weiß ja nicht, wie ich Energie kriege. Ich kann irgendwie Eicheln sammeln wahrscheinlich. Eicheln sind irgendwo anders. Ah, vielleicht komm ich hier drüber, warte. Ah, geh da drauf, geh da drauf. Kleines 3D Jump'n'Run'n. So kann ich jetzt diese Dinger, das bestimmt Energie. Touch and Orp to Absorption. Ah, warum auch immer die vorhin schon da waren, wo immer noch gar kein Leafsuit hatte. Und da keine Energie sammeln konnte. Ah, äh, kannst du das Fenster im Badezimmer machen? Das, glaub ich... Wir vergessen immer das Fenster im Badezimmer. Walking Simulator, bei dem man das Tal retten soll. Achso. Ach, Madel weiß wieder mehr als ich. War das ja meistens, huh? Juhuuu! Ey, da war... Da war noch so ein Ding. Okay, ich bin eh voll. Lebebaum. Lebebaum. Collect enough Acorns to gain access through certain ancient Sorbon. Ich bin eh voll. Ich bin eh voll. Ich bin eh voll. Danke schön, lieber Herzog. Und schön, dass du da wartest. Ich hoffe, dir geht es gut. Kann ich das wieder blühen? Was sind wir mal so die Tolle träumen? Ui? Wir sollten nix raus. Ehh, ne, es geht voll. voll bin? Das wäre natürlich geil. Doch. Nee, hä? Die kommen immer wieder. Unsere Vogel mal wieder ohne Greenscreen. Ja, ja, ja. Weil sonst ist hier das Wohnzimmer so gut wie nicht begehbar und da ich nicht alleine bin und sich jemand hier vielleicht noch frei bewegen möchte, hab ich gedacht. Hier waren noch gerade zwei Eichel. Ich will meine Eichel. Oder noch eine Eichel. Wo ist meine Eichel? Danke. Okay, dann kann ich hier nicht langjumpen. Lebebaum, gib mir deine Eichel. Oh, der nicht doch. Der wurde doch vorgestellt. Wir haben doch ein kleines Introchen gehabt. Oder du warst dann auch beim Murmeln. Ja, das kann natürlich sein. Sogar noch die Murmeln, Kissen und Rasten. Musik ist schön, aber irgendwie passt die nicht. Das ist zu schnell für mich. Oder ich bin zu langsam. Ja, aber ich möchte doch Bäume wiederbeleben. Du nimmst aber viel, rückst dich auf deine Katze, ja. Die Katze möchte sich frei bewegen. Die liegt wahrscheinlich in ihrem Wetter. Gerade gefressen. Erstmal Verdauungsschläfchen. So, komm ich denn hier drüber? Ah! Nein, wahrscheinlich nicht. Hallo, Geran, oben. Da komm ich auch nicht hoch. Da komm ich aber drüber, ne? Ah, nein, ich bin zu früh gesprungen. Nein, 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 nein. Ich sterbe. Okay, ich nehm nochmal Anlauf. Von hier oben. Gucken, ob ich dann da rüberkomme. Juhu, Katzen sind überhaupt nicht mehr. Katzen sind voll super. Juhu. Man verliert halt das Momentum, wenn man hier die Bäume wiederbeleben will. Und man muss immer gucken, ob die Eicheln haben. Unsere Katze ist nicht mäh. Mähbt zwar manchmal. Aber, uh, mäh ist nicht. Ich war dagegen, wurde gebremst. Life can also be taken from nearby living things rich in energy such as tree or animal to repremst. Less robust life forms, such as belades, as well as provide no revenue. R.B. to tapen her. Oh, ne. Nur voll Energie. Ich muss das jetzt tun. Lebe. Hallo. Achso. Geht der wieder rein? Aber ich möchte doch vor allen Dingen diese süßen Rehe auch nicht töten. Hallo Schackmauer. Schack TV, da renne ich gleich gegen Hirsch. Schön, dass du einschaltest, lieber Schack TV. Ich hoffe, dir geht es gut. Wir sind weiter auf dem Weg zur Dickside. Oh, da ist was Todes. Aber ohne Eicheln. Da war auch noch irgendwas Todes. Da. Wir haben alle keine Eicheln. Das sind alles weibliche Bäume. Oh. Nein. Quest updated. Find a way through the ancient ruins. Okay. Oh. Das habe ich geklappt. Guten Appetit. Die werden Kekse gegessen. Süßigkeit. Kann ich hiermit was machen? Ja. Dankeschön. Ah, Tee to give life to Tee. Ja. Aber wir sind da keine Token. Aua. Doch da. Seems like these fireflies react to energy. Ach, die Tür ist offen. Zwölf Stunden und halb und ich werde mich beherrschen. Die ganze Zeit über keinen Game of Thrones Witz zu machen. Wir spielen mal in Game of Thrones durch. Susurro. Die Stimme ist total leise. Warte mal. Äh, Audio. Achso, ich kann nur Master und Musik. Dann machen wir mal die Musik was leiser. Ah, okay. Da oben steht, wie viele Bäume ich besamen muss. Und dann geht's los. Wart nur mit der Untertitel? Ja. Hallo Lizzie. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Da kann ich abgüsten. War eine Schokogule. Was? Also ich sollte abbeißen? Ich dachte, die wäre ganz für mich. Achso, okay. Doch, Mr. Sahne, du bist sehr lieb. Ich muss noch ein paar Krates öffnen. Okay, Loot. Energy Upgrade. Energy Capacity ist increased with Capacitor Upgrades. Find four to complete an Energy Canister. Okay. Wird das irgendwo angezeigt? Ach, da unten. Ah, okay. 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 camp gerçekten.